Herzlich Willkommen und ein fröhliches Morgen hier in den westlichen Edelhof-Ebenen, wo wir noch Dinge suchen. Ich weiß noch nicht, was wir suchen. Ich weiß nur, dass wir suchen. Der leere Thron. Ich glaube, das gehört zu einer Aufgabe, hierher zu kommen. Ich meine, ich könnte jetzt mal speichern. Ich war hier mal lieber auf andere, nicht, dass ich irgendwas getriggert habe, was nicht hätte getriggert werden dürfen. So. 85 Geld. Wow. Da oben ist eine Kiste. Ein Giganat-Apfel. Irgendwann hat sie wieder in den Bock geschossen. Wie wäre es mit Feuer? Ja, bring it on. Hast du Feuer? Ta-da. Halt den hier. Erst mal ein bisschen schneiden, stutzen sie in den Bockstraum. Out of my way. Nein. Nein. Ein interessanter Dilemma. Dinosaur. Das war's. Ich habe meine Gehe. Ich habe mich da. Ich kann das dran. Ich habe mich da. Was? Gehe. Gehe. Das war's. Sehr schön. Alles klar, dann sammeln wir ein bisschen. Das geht nicht. Außer. Kannst du stehlen. Hier ist ja gleich wieder dran. Hier geht's. Die machen alle keinen Schaden. Hier geht nichts. Ein bisschen reinigen. Ich kann es mal versuchen. Woho, was war das denn? Out of my way. Ich glaube, ich habe was gerade, was sehr, sehr Gutes gerade aus dem Alchimithof gegriffen. Out of my way. So. Was hat er denn noch? Genug. Genug. Ich guck mal, ob ich hier noch was tun kann, was ich hier tun würde. Verteidige noch. Hier ist es. Wer ist dran? Schon wieder. Na schön. Der kann immer nur Feierabend machen. Das endet. Das endet your lesson. Ah. Welch Wohlklang. Ich guck mal, ob wir noch aufsteigen können. Fertigkeiten. Nö. 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 Ja, das Problem ist, dass die vier hier eigentlich für die Stadt geeignet sind und nicht so richtig zum Kämpfen. Naja, Cyrus ist sowieso. Er ist zu allem geeignet. Das wäre... Warum? Es war schuld. Nein, du wirst nicht. Was? Hier geht's. Nö, ist klar. Es ist in Ordnung. Ich denke nicht, dass es Feuer ist. Ich denke, dass es Blitz ist. Dressa ist gerade nicht ganz so frisch. Wind? Okay. Haben sie die Gegend alle so schwer? So, erstmal Angriff runter. Hier geht's. Du machst mal schön Angriff. Schnee ist es auch nicht. Vielleicht mal Feuer. Feuer? Feuer? Nein, das ist keine Magie. Nein, das ist keine Magie. Ein Bogen. Hä? Deutsch ist es nicht. Schwert ist es nicht. Hallo? Oliwe des Lebens. Die nehmen wir auf jeden Fall. Hier geht nichts. Äh, muss man erst die Hilfe machen. Das wird uns. Was denn? Was ist das große Schock? Toll. Tröstend. Einzelner Verbündeter stellt GP wieder her. Ein Vergiftung. Und hier geht nichts. Was auch immer der gerade bekommen hat. Der studiert das ja nur, weil er es benutzt. Das ist ja das Merkwürdige. Was ist dein? Mein. 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 Dankeschön. Oh, Geld. Äh, was du machen könntest? Schocks. Misch mal noch was. Achso. Der testet jetzt alles aus. What? So gut? Alles klar. Du hast ein Schwert? Wann? Alles klar. Hoppala. Kannst du nochmal sammeln? Danke. Weil mehr Geld ist mehr Geld und andere Geld mehr Geld ist. So, machen wir ja. Mein. What to do? Machen wir noch einen Rast hier. Nehmen wir noch so einen. Zeit für einen Break. Schocks. Den Plan ist einfach auf jeden. Was ist der logische Kurs der Erwanderung? Woh. Welche Kraftsäge noch schwach? Schocks. Hatte ich die Axt schon? Ja. Mein. 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 Wind hatte ich? Ich finde, Cyrus bräuchte noch das Talent, sich selbst in die Runde wieder Dings zu geben. Wer kann das denn? Wer gibt sich pro Runde? Ich glaube, der Tänzerin war das, ne? Dass der sich pro Runde die FP wiederholt. Weil sonst brauchst du ja ständig die Pflaumen trinken. Essen. Halt rum? Wo ist das? Es ist so. Unsere Truppe bräuchte neue Schauspieler. Ich suche auch nach zwei Schauspielern, zwischen denen die Chemie stimmt und die sich gut ergänzen. Aber darauf zu warten, dass der Zufall mir zwei solcher Schauspieler schenkt, hat sich bisher als wenig erfolgreich erwiesen. Den Presario. Bei seiner Reise durch ein fremdes Land in seiner Jugend sah er unglaubliches Akrobatenstück und beschloss, zurück in die Heimat der eigene... ... ... ... ... ... Glasmummel. Oasenhut. Oh, elementare Verteidigung. Oasenhut. Nö. 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 Weiß ich noch nicht. Nö. Nö. Oasenhut ist für... Femiros bestimmt, 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 stimmt, stimmt. Och, nö. Ach, ihr könnt doch alle nicht kämpfen. Äh, ja. Ja, 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 ja. Hast du auch noch einen anderen... ...Axt hast du noch? Äh, Axtschwert hier. Joa. Schön. Die Strafe kam auf die Füße. Was ist denn? So. Boah, schon alle weggemäht. Da-dam, da-dam. Die Fähigkeiten. Mach doch mal einen... ...gip. Kamehame. Schön. Einmal Eis, bitte. Einmal Axt, bitte. Mal da was amputieren. Ja. Lass uns das machen. Meine Zeit. Du hast keine Weh. Hast du nie. Axt. Lass uns das machen. Schön. Zeit, um den Schocken zu verbreiten. Ich wollte mit denen noch gar nicht so lange spielen. Also, schon, aber... Ich frage mich gerade, ob wir da unten den... Oh, wie ist denn das? Der, nein! Nein, doch! Wollte wissen, ob wir hier schon drin waren. Schrein des Weisen. Ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Oh, hier hat jemand Geld zurückgelassen. Hier waren wir schon. Ihr kehrt zurück. Dieser grüne Schimmer. Ach, jetzt habe ich jetzt was... Jetzt habe ich jetzt was... Mann. Jetzt habe ich fast 20 Minuten... ...in diesem Gebiet schon verbracht. Oh. Wird Zeit, dass wir den Edelhof erreichen. Das ist das Beginn von deinem Akt. Bring es an! Ja, dann leg mal los. Einfach mal angreifen. Mein Geil. Ja. FP stiehlen. Vorbei? Ernsthaft? Die lange schließt du. Eine Tempest of Ice-Ball-Range! Let's do this! So. Ah, vorbei. Was ist das jetzt? Wollen wir halt noch mal einen Schneesturm? Eine Tempest of Ice-Ball-Range! Hier geht nichts. Hier geht's! Okay. Was kann ich tun? Okay. Gut. Halt dran. Danke! Geld. Was ist das jetzt? Oh, Ice! Hier kommt's! Was ist dein Geil? Was ist dein Geil? Würze. Noch mal einen nachgesetzt. Jetzt machen wir ihn langsam feierab. Lass uns das machen! Du hast mehr, als du für's verdammt hast! Ist das mal von Tinsel and Primrose? Die pro Runde Dings bekommt. Och nö. Licht. Aber echt. So, da ist erstmal Ruhe. Mist, das ist jetzt schlecht. Jetzt, was nächstes? Angreifen! Nichts wird weiter! Aus meinem Weg! Ach, das war der falsche. Oh! Level Slash! Der Stier ist recht dran! Der Stier ist recht dran! Der Stier ist recht dran! Oh! Der Stier ist recht dran! Was ist dein Geist? Würze! Ja! Hier geht nichts! Okay! Hier geht's! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das? Hier geht's! Wie ist das? Kannst du's nochmal sammeln? Ah! Danke! Der Stier ist recht dran! Oh! Ich gucke das jetzt! Hier geht's! Geh es an! Ich will aber. Ach, na schön. Wie viel hat er denn noch? Was ist der logische Kurs der Aktion? Let's try this. Ich glaube, ich muss mal 300 Pflaumen kaufen. Wenn man Ruhe ist. Ein Fußschlag. Ja, du auch. Mach nochmal. Ach, nö. Was ist das jetzt? Schocks. Okay. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und der darf nicht? Ist ja der einzige, der will, der soll, der kann nicht. Okay. Was ist das jetzt? Jetzt. Was ist das jetzt? Das ist das jetzt. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Edelhof. Ich guck grad mal, ob ich noch was lernen kann. Sie hat fast 5000. Führt einen nicht elementaren Angriff auf einen Gegner aus und gewerbt Geld gemäß dem zugefügten Schaden. Was? Okay. Objekte, die von einem Verbündeten verwendet werden, wirken drei Runden auf alle. Oh. Cyrus wird nochmal einen anderen Beruf lernen, damit er diese Lebenfertigkeit lernt. Das stimmt. Ich hatte etwas zu erledigen. Das werden wir das nächste Mal angehen. Ich sage es mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Halt.